Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend, was ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um die Zinnrock-Waffe, die mir noch fehlt. Und ja, dazu hätte ich gesagt, machen wir wieder ein paar Eichelogie-Kisten auf. Ich habe mir besorgt wieder 100 Restaurierte-Artefakte. Die werden wir einmal ausgeben für Troll-Relikte. Die können wir hier bei Brand einmal umtauschen. Und zwar haben wir hier Trollisches-Artefakt. Insgesamt 100 Stück brauchen wir. Und ja, dann schauen wir einmal kurz auf meine Liste. Also aktuell sieht es so aus, dass ich mit dem Parler, dem Tinnrock, 436 Solves habe. Also Sachen, die ich quasi zusammengebastelt habe bei den Trollen. Und dann noch einige mit den anderen Twinks. Und insgesamt kommen wir da auf 728. Also Versuche, die ich quasi habe, Tinnrock zu ergattern. Genau. Ja. Jetzt werden wir wahrscheinlich nochmal um die 30 wieder Plus machen. So Pi mal Daumen. Ich glaube, das letzte Mal waren es 32. Also sowas macht man Pi mal Daumen quasi mit den 100 Kisten. Da kommen dann etwa so 800 Fragmente raus. Und dann gepaart mit den Troll-Tafeln, wo ich hier noch habe, kriegen wir dann so 30 Solves. Vielleicht ein bisschen mehr. Vorhin habe ich ein Opening aufgenommen. Das letzte. Das waren dann 32. Manchmal sind es aber auch ein bisschen unter 30. Das kommt halt immer darauf an, was man hier quasi zusammenbauen kann. Und wie oft ich es verkacke, die Tafeln mit einzusetzen. Gut. Dann würde ich sagen, drückt mir die Daumen. Ich mache jetzt mal die ganzen Kisten auf, dass wir schon mal ein paar Fragmente rausholen. Und dann verwenden wir den ganzen Bums. Und hoffentlich kommt dann ein, ich glaube, episch ist es, glaube ich sogar, wurde mir gesagt. Ein episch Schwert wahrscheinlich mit drei Troll-Tafeln, die ich einsetzen kann. Und das möchte ich jetzt gerne sehen. Weil ich finde es manchmal auch schon ganz entspannt. Man sieht sich schon eine Serie an. Nebenbei macht man ein bisschen Archäologie. Ist schon ganz cool. Aber das habe ich jetzt die letzten Tage und Wochen zu viele Stunden gemacht. Also man könnte so langsam fertig werden. Wisst ihr, was ich meine? Also ich würde ganz gerne was anderes machen. Im Optimalfall. Aber jetzt schauen wir mal, ob ich Glück habe diesmal, ne? Jetzt sieht es eher nicht so gut aus. Manchmal hilft ein bisschen rumweinen, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht flenne ich nicht genug rum. Vielleicht wird das dann das Ganze ein bisschen beflügeln und mir endlich Zinnrock bescheren. Ich habe ja auch schon versucht, jetzt mal mit dem Fink das zu machen, ne? Und habe auch noch ein paar ältere Chars angeguckt. Ihr habt das ja vorhin in der Liste auch gesehen. Ich habe da eingetragen, welche Rare-Teile sie wann gekriegt haben. Es gibt ja nämlich so eine Theorie, dass die ersten zwei Rare-Dinger relativ zügig kommen. Und das stimmt auch, ne? Innerhalb von den ersten 100 Kisten, die ich aufgemacht habe, hatte ich eigentlich auf den Chars, die ich jetzt neu gemacht hatte, die ersten zwei Rare-Teile. Und auch auf den Chars, die ich damals schon benutzt habe, ne? Also wo ich schon gar nicht mehr wusste, dass die Archäologie haben. Also muss schon eine Weile her sein, wo ich das gemacht habe. Die haben sie auch relativ schnell gekriegt, weil man sieht ja, wie viel soll es die haben und wie und wann sie die Dings bekommen haben, die Items, ne? Das ist sogar mit Tag plus Uhrzeit plus Sekunde. Das ist ja wirklich komplett aufgelistet bei Archäologie, was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte tatsächlich. Und, aber bei allen war es gleich. Ich habe erst immer das Toy bekommen und dann das Pet. Also es gibt ein Toy, was man craften kann. Das ist, glaube ich, hier die Trommel. Und dann gibt es so ein Haustier, was man sich mit, ähm, bei den Troll-Artefakten holen kann. Und dann gibt es halt noch Zinnrock, das Schwert. Also, da das immer die gleiche Reihenfolge war, glaube ich, nicht, dass, dass man da eine erhöhte Chance hat, ähm, mit einem neuen Shark quasi Zinnrock, äh, früher zu ziehen. Also, ich habe es jetzt mal getestet. Klar, man könnte jetzt noch mit mehr Chars das testen, aber es sieht einfach nicht danach aus, dass es irgendeine Auswirkung hat. Ich glaube, die Leute, die es vielleicht dann vorher gezogen haben, die hatten halt einfach nur extrem Lack, ne? Also davon gehe ich jetzt aus tatsächlich. Ups. Hier, Magni. Mit Magni wollen wir nicht interagieren. Oh, meine Troll-Tafeln, ne? Da schwinden sie dahin. 112 haben wir jetzt noch. Also ich will auf keinen Fall nochmal welche kaufen müssen. Also, ich hoffe einfach, dass es vorher kommt. Na komm. Ich habe mir extra so ein schickes Start-Mount hier rausgesucht. Naja, gut. Alte Texturen, ne? Der Tiger ist auch nicht mehr der coolste, aber damals, so classic, war das schon ein krasses Gerät, würde ich mal sagen. Aber ja. Wo ist es? Hm, okay. Jetzt haben wir noch ein paar Kisten und dann ist leider Feierabend. Ich hoffe mal. Da noch was rauskriegen. So. Die letzten 110 Fragmente ballern wir jetzt noch durch. Komm, jetzt was, sowas mit drei Sockeln wäre schön. Mir richtig dick die Daumen. Komm, danach, danach ist es das. Komm, da muss Sinrock sein. Na ja, es sieht zumindest nach einer Waffe aus. Aber es war kein Sinrock. Jetzt zählen wir hier mal noch durch. Also wir haben 2, 4, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 27, 30, 32. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir auch 32, ne? Ja, okay. Zeichnet sich ab. Ich glaube, wenn ich immer schön das mit den Fragmenten mitnehme, ne? Dann kommen wir tatsächlich auf einen ganz guten Wert. Okay. So viel schon mal dazu. Diesmal war es mal leider wieder nix. Einen Haufen graue Items haben wir bloß gemacht. Und wenn wir jetzt hier nochmal 32 eintragen, dann sind wir bei 468 und insgesamt bei 760 Solves. Gut. Dann, ja, sind wir tatsächlich durch für das kleine Opening. Habt mich gefühlt, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.